Wir weihen dir heute alle Menschen, die von der Pandemie, von Krankheit, Not und Tod gezeichnet sind. Wir weihen dir auch alle Menschen, die mit uns verbunden sind. Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Bleibe bei uns und bei deiner ganzen Kirche. Bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend des Lebens, am Abend der Welt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte. Segne unsere Gemeinde, heiligen Kreuz und unser Land durch seine Gegenwart. Erbarbe dich, unser Land. Herzlichen, groß dessen Gnade, wir alle glauben. Erbarbe dich, unser Land. Jungfrau, Mutter Gottes mein, lass mich ganz dein Eigen sein. Deinem Leben, deinem Tod, deinem Unglück, Angst und Not. Deinem Kreuz und bitterem Leid, dein für Zeit und Ewigkeit. Deinem Robert, der